Musik Viele Schulen leisten unglaublich gute Arbeit in der Schwimmausbildung. Wir haben uns von der DLRG überlegt, diese Schulen auszuzeichnen und ihr hohes Engagement zu würdigen. Dafür haben wir in den letzten zwei Jahren einen Schulsiegel kreiert, für das sich die Schulen bewerben können. Das DLRG-Schulsiegel soll diejenigen Schulen auszeichnen, die sich auf den Weg gemacht haben, Kinder zu sicheren Schwimmern auszubilden und die gute Arbeit im Rahmen des Schwimmunterrichts leisten. Was bringt ein solches Schulsiegel der Schule? Die Schulen sind mittlerweile so weit, dass sie sich profilieren müssen. Sie werben um die Schülerschaft, sie werben darum, dass Eltern ihre Kinder genau an dieser Schule anmelden. Mit dem Schulsiegel könnt ihr euch als Schule ein bisschen hervortun und den Eltern zeigen, was für gute Arbeit ihr leistet. Daher möchte ich alle bitten, bewerbt euch für das Schulsiegel. Ihr habt nichts zu verlieren. Ganz im Gegenteil, ihr könnt die Auszeichnung erhalten, wenn ihr gute Arbeit leistet. Und ihr könnt, wenn ihr ein bisschen Glück habt, noch einen guten Preis obendrauf gewinnen. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020